Hallo zusammen! Eine IBAN, also eine ganz normale Kontonummer, die man direkt verknüpfen kann mit seinem eigenen Ethereum Wallet. Völlig egal, ob es jetzt ein Ledger ist, ob es ein Metamask Wallet ist oder ob es ein Rebi Wallet ist, ob man ein eigenes neues Wallet dafür erstellt hat oder ob man einfach ein Wallet verwendet, das man vorher schon benutzt hat. Das ist eine Dienstleistung, die bietet Monerium seit kurzem an und damit ist es tatsächlich super easy möglich, dass man zum Beispiel seine Miete direkt aus seinem Ethereum Wallet begleichen kann oder dass man sein Gehalt direkt in sein Ethereum Wallet beziehen kann oder dass man, wenn man es denn unbedingt will, sogar seine Steuern bezahlen kann, direkt aus seinem Metamask Wallet heraus. Und das ist quasi die nahtlose Verschmelzung von Krypto- und Fiat-Welt. Immer wenn man quasi Euro empfängt auf seinem Bankkonto über seine IBAN-Nummer, dann bekommt man diese Euros direkt in sein Metamask Wallet rein und wenn man Euros verschickt, dann muss man sogar eine richtige Ethereum-Transaktion unterschreiben. Also egal, ob man das auf ein anderes Bankkonto mit einer anderen IBAN-Nummer macht oder ob man das quasi an ein anderes Wallet schickt. Und in diesem Video möchte ich dir erstmal zeigen, wie sieht das Ganze aus, wie funktioniert das Ganze, dann kannst du dir ein Bild machen, brauchst vielleicht dich nicht selber anmelden, wenn das nichts für dich ist. Und ich möchte mal so ein bisschen darüber sprechen, wie ich das Ganze einsetze, wo so meine Bauchschmerzen bei dem ganzen Service sind. Und dafür gehen wir jetzt direkt mal in Monerium rein und schauen uns mal an, wie das alles aussieht. Und ich bin jetzt hier auch schon angemeldet bei Monerium. Ich habe mich quasi registriert und wenn man sich registriert, muss man auch einen Know-Your-Customer-Prozess, also einen Identifizierungsprozess durchmachen. Bei einer IBAN-Nummer gibt es in Deutschland einfach nicht oder in Europa einfach nicht ohne Identifizierung. Das ist quasi Grundvoraussetzung. Ich habe das hier in diesem Fall schon erledigt und ich zeige den Prozess auch nicht. Ihr habt das schon hundertmal durchgemacht, ist immer dasselbe. Und diese IBAN-Nummer, die sieht man auch hier, die ist aktuell verknüpft mit Polygon. Das sieht man hier an diesem kleinen Polygon-Logo. Das heißt also, hier ist meine Wallet-Adresse und diese Wallet-Adresse, die IBAN-Nummer ist verknüpft mit meiner Wallet-Adresse auf Polygon. Das kann ich super easy umstellen. Es werden drei Blockchains unterstützt, vor allem natürlich das Ethereum Mainnet und die Gnosis-Blockchain und quasi Polygon. Und das sind die drei Blockchains, die unterstützt werden. Und ganz nebenbei gesagt, wenn man hier auf Show-or-Hide-Accounts geht, dann sieht man, dass hier also noch einiges geplant ist, wie zum Beispiel andere Währungen, das Pfund, britische Pfund, US-Dollar oder isländische Kronen. Und das ist aber noch nicht da, das Feature. Und deshalb braucht man sich das eigentlich gar nicht anzeigen zu lassen. Das ist halt so in gewisser Weise so ein Sneak-Preview oder so. Also Euro ist jetzt hier die Hauptfunktionalität. Und da jetzt also quasi meine IBAN verknüpft ist mit meinem Wallet auf Polygon, also mit meiner Ethereum-Adresse auf Polygon, heißt das, wann immer jetzt hier Euro eingehen auf diese Kontonummer, bekomme ich einen Euro-Stablecoin gutgeschrieben in meinem Ethereum-Wallet in Metamask oder in Revi. Und ich habe das Ganze gemacht. Ich habe es ausprobiert über die Ethereum-Blockchain, über das Mainnet. Da habe ich mir 1000 Euro hierhin überwiesen von einem anderen Bankkonto, in dem ich diese IBAN-Nummer verwendet habe. und dann sind die hier tatsächlich eingegangen. Und ich sehe das natürlich hier auch 1000 Euro, klar. Also die können mir viel erzählen. 1000 Euro habe ich jetzt hier angeblich drauf. Aber wenn ich in meinen Revi-Wallet reinschaue, dann sehe ich tatsächlich, dass ich hier also 1100 Dollar drauf habe auf diesem Konto. Wenn ich das aufklappe und mir die Tokens anschaue, die ich habe, dann habe ich hier einen Stablecoin, der Euro E. Und der Euro E ist der Stablecoin von Monerium. Dafür hat man sich quasi eine E-Money-Lizenz besorgt bei der Europäischen Union. Und bei der Regulierungsbehörde der EU. Und diese Lizenz ermöglicht es, dem Anbieter Monerium hier also quasi ein Euro Stablecoin herauszubringen, der 1 zu 1 gedeckt ist durch die Einlagen, die man hier macht. Also die Deckung des Euro Stablecoins kommt daher, dass ja richtige Euro, also das heißt Euros auf dem Bankkonto, bei Monerium eingehen. Und die legen die Euro dann irgendwo an und schreiben einem dafür ein Euro E-Gut auf der Blockchain. Und man kann diesen Euro E jederzeit wieder zurücktauschen in quasi Bankkonto, Fiat-Euro, indem man also quasi eine Überweisung von hier aus macht auf ein anderes Konto. Dann werden quasi die Euro E in derselben Höhe geburnt. Und sie landen dann quasi auf dem Bankkonto des Empfängers. Das ist zum Beispiel, wenn man ein anderes Konto hat, ein eigenes anderes Konto, dann würde man also in dieser Art und Weise auch seine Euro Stablecoins, seine Euro E wieder einrücktauschen können und ist quasi nicht auf den Euro E auf Gedeih und Verderb angewiesen. Das Besondere hier ist aber jetzt auch, dass quasi das Wallet, mit dem ich mich hier verbinden habe, hier mit dem verbunden habe, mit dem Browser Wallet, das kann also, hier steht zwar Metamask, das kann aber auch das Rebi Wallet sein oder ich kann auch hier Wallet Connect verwenden. Dann könnte ich also quasi, Wallet Connect ist ja quasi so ein Universalanbieter für alle möglichen Formen von Wallets. Also mit Wallet Connect kann ich im Grunde fast jedes Wallet auf der Welt hier anbinden und verbinden. Und wann immer ich also quasi hier Euro E versenden will auf der Blockchain, da muss ich tatsächlich auch eine Transaktion freigeben. Das kann ich, also das würde ich dann am ehesten quasi über mein Wallet machen, indem ich dann hier auf Cent gehe und dann also Euro E versende. Ich kann aber mit Euro E auch an beliebigen, sagen wir mal, DeFi-Protokollen teilnehmen und so weiter. Und weil das jetzt mein eigenes Wallet ist, also ich habe hier keine Private Keys von denen bekommen, ich habe denen auch keine Private Keys gegeben. Es ist wirklich das Wallet, das ich irgendwo quasi offline auf irgendeinem anderen Rechner erstellt habe und meine Private Keys, die habe ich gesichert. Monerium hat da nie Zugriff drauf gehabt, können die im Grunde auch nicht auf mein Wallet zugreifen. Also wenn ich da andere Assets drin habe, wie zum Beispiel Ether, Matic oder Dogecoin oder was auch immer, die ganzen NFTs, die da drin liegen und so, darauf hat Monerium absolut keinen Zugriff, solange man zumindest seine Private Keys nicht irgendwo veröffentlicht oder rausposaunt oder denen per Mail schickt oder so, davon würde ich dann also auf jeden Fall abraten. Aber die, also sobald man quasi die Sicherheit seines eigenen Wallets gewährleistet hat, hat auch Monerium keinen Zugriff auf das eigene Wallet. Und es gibt natürlich eine Ausnahme und darüber müssen wir später noch sprechen, nämlich der Euro E Stable Coin, der ist eine Ausnahme. Darauf hat Monerium wirklich Zugriff, auch ohne, dass man die eigenen Private Keys denen gibt. Also das ist die einzige Ausnahme. Alle anderen Assets, die im Wallet sind, sind safe so. Und diese Oberfläche hier, die ist auch super einfach zu bedienen, die ist ganz schnell erklärt. Man hat hier also diese drei Blockchains, Gnosis, Polygon und Ethereum. Gnosis ist quasi die Blockchain, die hier bevorzugt wird, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, Polygon zu verwenden, wenn man das denn möchte, oder auch das Ethereum Mainnet. Und hier kann man also quasi sowohl Überweisungen machen, wenn ich hier auf Send Money gehe, dann kann ich also hier Bank, Individual, dann kann ich hier also eine IBAN von irgendwem angeben, Land auswählen, Name, Empfänger und irgendwie noch einen Verwendungszweck angeben und dann kann ich hier quasi also Euro versenden. Dann würde sich der Euro E Stable Coin Bestand in meinem Wallet entsprechend reduzieren und beim Empfänger würden dann Euro ankommen, also Fiat Euro, klar, logisch. So und mit Crosschain könnte ich sogar meine Stable Coins, Euro E Stable Coins, zwischen den verschiedenen, den drei verschiedenen Blockchains hin und her schicken. Ich könnte also quasi meine Euro E von Gnosis zu Ethereum, zu Polygon schicken und soweit ich das hier mitbekommen habe, ist das gebührenfrei, denn ich habe meine Euro überwiesen an diese IBAN Nummer hier auf Gnosis empfangen und dann rübergeschickt aufs Ethereum Mainnet. Super einfach, das Ganze ist quasi jetzt schon zu Ende erklärt, mehr gibt es hier fast nicht zu zeigen. Das Einzige, was man vielleicht noch zeigen könnte, ist, dass man also hier quasi, wenn man auf More klickt, die IBAN Nummer einer anderen Blockchain zuweisen kann, also derselben Adresse, demselben Wallet, aber auf einer anderen Blockchain. Das geht hier auf More, im Moment bin ich eingestellt auf Polygon, aber wenn ich meine Euros empfangen möchte, zum Beispiel auf Ethereum, dann würde ich das hier über den Knopf machen, klicke hier auf Confirm und dann bin ich tatsächlich, also ist das tatsächlich so, dass man immer Euro kommen, dann landen die auf dem Ethereum Mainnet in meinem Wallet und das geht sogar relativ fix. Also das heißt klar, eine Banküberweisung dauert immer, wenn der Empfänger die abschickt, aber dass die ankommen, das ist jetzt nicht nur mal zwei, drei Tage extra verzögert oder so. Bei mir hat es wirklich fast am selben Tag geklappt oder nicht nur fast, sondern es hat wirklich am selben Tag geklappt. Hängt natürlich von der Bank ab. Und von diesen ganzen Faktoren, die quasi im Fiat-Bereich so gelten. So und dann kann ich hier also mit diesem Knopf auch noch mehr den Euro Stablecoin in meinen Wallet holen. Rebi Wallet unterstützt den automatisch, da brauche ich das nicht. Bei Metamask wäre das ganz interessant, das zu benutzen. Hier ist auch die Token-Adresse. Die schauen wir uns gleich auch nochmal in Ruhe an, wenn es um ein anderes Thema geht. Aber das ist hier tatsächlich alles, was man machen kann und was wahrscheinlich später noch dazu kommt, das ist, dass es bald eine Kreditkarte geben soll, mit der man quasi von hier aus seine Euro E-Stablecoins direkt im Einzelhandel oder wo auch immer im Internet dann ausgeben kann, wenn man Geld braucht und das also dann quasi mit einer Karte bezahlen möchte. Wahrscheinlich sogar dann irgendwie über das Handy, über Apple Pay oder wie das Ding dabei Android heißt. Und das ist wirklich alles. Also das ist hier alles. Man kann noch einen CSV-Export machen, natürlich super praktisch für die Steuer. Aber ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt so viel mit Steuer am Hut hat, weil das sind ja im Grunde, eigentlich ist es ja nur auscashen und das kann man ja über sein Wallet selber auch regeln. Das müsst ihr aber selber wissen. Es hängt von eurem Wallet, von eurer Steuersoftware ab. So das ist erstmal alles, was man hier machen kann. Und meine nächste Frage war jetzt direkt, was habe ich eigentlich davon? Also Euro E-Stablecoin, ich kenne ehrlich gesagt kein einziges nennenswertes DeFi-Projekt, das den Euro E-Stablecoin prominent unterstützen würde. Und ist das Ganze jetzt hier eine Einbahnstraße? Ich meine, ist ja schön und gut, dass ich meine Euros auf der Blockchain habe, aber wenn ich damit nichts machen kann, dann kann ich die eigentlich auch auf meinem anderen Bankkonto liegen lassen. Und es ist tatsächlich super einfach. Man kann den Euro E-Stablecoin umwandeln in zum Beispiel USDC oder Ethereum. Und dafür gibt es aber so ein paar Sachen, die man beachten muss. Es empfiehlt sich tatsächlich über die Gnosis-Blockchain zu gehen und nicht über Polygon und auch nicht über das Ethereum Mainnet. Das ist sowieso nicht wegen der Gebühren, vor allem bei kleineren Beträgen lohnt sich das ja eh nicht. Aber Gnosis-Blockchain bietet sich an, vor allem, also wenn man sich das mal hier anschaut, ich bin hier bei der Seite von Monerium auf CoinGecko. Und wenn ich hier auf Märkte gehe, dann sehe ich ja, welche Exchanges quasi Euro E-Stablecoin unterstützen. Und dann sehe ich hier Uniswap auf Polygon und Uniswap auf Ethereum. Und wenn ich mir quasi jetzt mal hier den entsprechenden Swap anschaue, den ich machen müsste, um Euro E umzutauschen in USDC, dann sehe ich, dass hier schon bei einem relativ überschaubaren Betrag von 1.000 Euro eine Slippage von 0,15 Prozent ist. Und wenn ich also jetzt 10.000 Euro umtauschen möchte, dann habe ich schon ein halbes Prozent Slippage. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also das ist wirklich, finde ich, einfach ein No-Deal, weil ich habe einfach keine Lust, wenn ich 1.000 Euro umtausche, dann hier 6, 7 Euro Gebühren nur für den Umtausch zu zahlen. Wenn ich dann zurück umtauschen will, kommen nochmal 6, 7 Euro obendrauf oder 6, 7 Dollar aufgrund der geringen Liquidität dieser Pools. Und übrigens bei Ethereum sieht es genauso aus. Ich zeige es jetzt nicht. Also diese Pools haben einfach eine super geringe Liquidität. Und das ist aber auch gar nicht die Art und Weise, wie Monerium das hier für einen vorgesehen hat. Diese Pools können ja noch wachsen, dann würde die Slippage ja auch runtergehen. Aber der tatsächlich vorgesehene Weg, wie man das Ganze macht, das ist über Curve of Gnosis. Und da hat man unter Umständen eine bessere Chance, einen günstigeren Kurs zu bekommen. Und ich bin jetzt hier mal auf Curve of Gnosis, also auf der Gnosis Blockchain. Das kann man hier in diesem Menü super simpel umschalten. Und das Rebi Wallet unterstützt Gnosis quasi von Haus aus. Aber Metamask lässt sich auch super easy einrichten, indem man hier auf Gnosis umstellt. Und dann macht er das eigentlich alles automatisch. Und dann sehe ich hier also unter Pools die ganzen Pools. Und hier ist der Euro-E-USD-Pool, in dem ich quasi Euro-E umtauschen kann, hier über Swap, gegen zum Beispiel DAI oder auch eben USDC. Und von hier aus kann ich dann eventuell zum Beispiel mit der Jumper Bridge, mit dem Jumper Exchange rüberbridgen auf Polygon, auf Abitrum oder ähnliche Blockchains. Und natürlich kostet auch das alles ein bisschen Gebühr. Aber man sieht ja hier, dass in diesem Pool hier schon mal deutlich über 8 Millionen Dollar an Liquidität ist. Das ist viel, viel mehr als auf den anderen Blockchains. Die anderen Blockchains, die Uniswap-Pools da, die haben irgendwie, wenn es hochkommt, mal so 100.000 Dollar Liquidität. Das heißt also, hier ist quasi die Slippage am geringsten. Und die Transaktionsgebühren auf Gnosis sind auch relativ günstig. Das heißt also, das ist hier quasi so der einfachste, also der billigste Weg quasi aus dem Euro-E rauszukommen und dann in den USDC zu swappen. Alle anderen Methoden, die ich gefunden habe, sind teuer und lohnen sich für mich nicht. Für mich lohnt es sich eher, hier kurz Gnosis einzurichten, mir hier ein paar Assets rüber zu schicken und dann quasi hier zu arbeiten und später dann die USDC rüber zu bridgen. Vor allem, wenn ich dann eine Bridge nehme, die relativ wenig Gebühren nimmt, eventuell sogar ein bisschen langsamer ist als die anderen. Dafür aber dann eben billiger ist. Das wäre so für mich eigentlich der beste Weg, wie man hier quasi aus dem Euro-E rauskommt. Und dieser Service Monerium hier, der suggeriert ja so ein bisschen, dass man quasi eigentlich gar keine Fiat-Banken mehr braucht, weil man kann ja jetzt wirklich alles über sein Wallet regeln, auch den gesamten ganz normalen Geschäftsverkehr, den man sonst über Banken regeln würde. Auch das könnte man hier machen. Das ist zumindest das, was hier suggeriert wird. Und da stellen sich natürlich so einige Fragen nach der Sicherheit. Und da kann man schon mal sagen, also die Sicherheit auf der Blockchain-Seite, also auf der Krypto-Seite, die ist sehr, sehr gut gewährleistet, weil man ja quasi mit seinem eigenen Wallet operiert und Monerium keinen Zugriff hat auf die eigenen Private Keys, außer man ist so doof und gibt die denen. Aber das Konzept hier sieht das nicht vor, dass man seine Private Keys abgibt. Es ist auch kein Wallet, das von denen stammt, wo man dann keine Ahnung hat, was da im Hintergrund an Technik passiert, sondern es ist wirklich ein anderes Wallet, mit dem Monerium gar nichts zu tun hat, Metamask, Ledger und ähnliches. Und damit ist das also für mich definitiv sicher genug, weil wenn ich meinen Private Keys nicht vertraue, brauche ich mich auch im Kryptospace nicht aufhalten. Aber die viel wichtigere Frage ist natürlich die Sicherheit in Bezug auf Fiat, also auf die Fiat-Welt. Und dazu muss man also erstmal verstehen, dass Monerium eine E-Money-License nach der aktuellen Mika-Regelung in der EU beantragt hat. Das ist also voll regulierungskompliant und ist meines Wissens sogar auch der erste Anbieter, der eine E-Money-Lizenz für Krypto bekommen hat. Und sie sind also jetzt quasi berechtigt, Stablecoins, Euro-Stablecoins zu minden. Und dafür müssen sie bestimmte Auflagen erfüllen und diese Auflagen sind in dieser E-Money-Lizenz-Regelung da quasi festgelegt. Unter anderem macht Monerium das im Hintergrund, indem sie quasi jeden Euro, der reingeht, für jeden Euro dem Kunden erstmal einen Euro E-Stablecoin gutschreiben. Also das heißt eins zu eins. Und gleichzeitig wird der Euro, der eingeht, dann bei fünf verschiedenen Anbietern angelegt in eine bestimmte Menge von Assets, die sogenannten Tier-One-Assets. Das sind also Assets, die nicht irgendwelchen extremen Kursschwankungen gegenüber dem Euro unterliegen. Und auch die Institute, diese fünf Institute, bei denen Monerium die Euros verteilt hat, die müssen auch EU-reguliert und lizenziert sein, sodass es also tatsächlich nicht so ist, wie zum Beispiel irgendeine, sagen wir mal, Binance-Kreditkarte oder ähnliches, wo quasi, wenn der Anbieter oder Krypto.com-Kreditkarte, wo der Anbieter die Biegel macht und man dann überlegen kann, in welchem Offshore-Paradies quasi man jetzt wen verklagen muss und wie man das überhaupt macht und was es kostet. Und in der Regel kann man also sagen, wenn die Anbieter von diesen Krypto-Kreditkarten weg sind, dann ist das Geld, das man da hingeschoben hat, auch weg. Insbesondere, weil ja das auch gar keine Kreditkarten sind, sondern Debitkarten. Man braucht also ein Guthaben bei denen und das ist natürlich super limitiert in den Einsatzmöglichkeiten, weil keiner würde da jetzt große Summen hinlegen, die können jederzeit weg sein. Also kann man auch nur Kleinigkeiten, Eis am Stiel oder sowas davon bezahlen mit der Kreditkarte. Und wenn die Kreditkarte überhaupt akzeptiert wird, weil meistens, also meine Erfahrung mit diesen Krypto-Kreditkarten ist, dass sowieso fast keiner irgendwie die Dinger unterstützt, beziehungsweise dann die Transaktionen immer fehlschlagen und dann habe ich also meine normale Bank-Kreditkarte direkt in der Hand. Und also das sind so meine eigenen Erfahrungen. Ihr müsst natürlich selber wissen, wie ihr das seht, aber was die Fiat-Seite angeht, ist das eigentlich so sicher, wie man es in der EU irgendwie haben kann. Aber es gibt tatsächlich noch einen anderen Haken und der Haken für mich besteht darin, also ein bisschen merkwürdig ist das Ganze, weil ich habe jetzt eine IBAN, das heißt, ich habe eine internationale, eine standardisierte internationale Bankkontonummer. Das ist die Abkürzung für IBAN, International Bank Account Number. Aber wenn man in den AGB nachschaut, man hat kein Bankkonto bei denen. Also es ist tatsächlich irreführend in gewisser Weise, weil ich habe eine Kontonummer, aber ich habe kein Konto. Warum ist das wichtig? Weil für meine Einlagen, die ich da mache, keine Einlagensicherung gilt, weil es ist ja auch kein Konto. Also ich habe tatsächlich nicht die Sicherheit, dass wenn jetzt Monerium die Biege macht, weil irgendwas mit den fünf Anbietern passiert, dann quasi, dass ich dann bis 100.000 Euro abgesichert bin, wie bei anderen Banken, weil es eben kein normales Bankkonto ist. Und warum habe ich jetzt eine Bankkontonummer, wenn ich kein Bankkonto habe? Also dass sowas von einer Regulierungsbehörde in irgendeiner Form abgenickt wird. Und dass es sogar eigentlich letztendlich das Konzept hinter diesem ganzen E-Money ist, das finde ich irgendwo komplett, komplett absurd. Aber gut, da kann jetzt Monerium nichts für. Die haben auf ihrer Seite quasi alles getan, um die Einlagen möglichst zu sichern. Und jetzt ist die Frage für mich auch irgendwo ein bisschen, ist das überhaupt relevant? Weil ich habe ja meine Assets auf der Blockchain. Und klar, also wenn jetzt die Euro-Einlagen bei Monerium in irgendeiner Form weg sind, weil einer der Anbieter die Biege macht, sagen wir mal 20 Prozent von den Einlagen sind weg, dann würde der Euro auch die pecken. Ich hätte also meinen Euro E. Der Kurs vom Euro E würde 20 Prozent abschmieren. Und meine Einlagen wären dann auch nur noch 20 Prozent weniger wert. Eventuell haben die noch irgendwelche Sicherheitsmechanismen im Hintergrund, Versicherungen und ähnliches. Weiß ich alles nicht. Nur, also das D-Pack-Risiko vom Euro E ist tatsächlich gegeben. Und dagegen hilft natürlich, dass man relativ schnell einfach aus dem Euro E rausgeht und dann in den USDC oder in irgendwas reingeht. Aber das limitiert natürlich wieder die Einsatzmöglichkeiten, weil ich würde also jetzt hier auf dem Konto wahrscheinlich nicht größere Summen einfach so rumliegen lassen. Vor allem bis 100.000 habe ich bei meiner Bank eine Einlagensicherung. Und in diesem Fall hier habe ich die einfach nicht. Habe das D-Pack-Risiko, ist für mich also irgendwie wieder limitiert. Ich könnte mir also zum Beispiel nicht den nächsten Lambo hier kaufen, weil ich würde mal das Ganze, ich würde gar nicht so viel Geld da hinlegen. Ja, also aber wenn das dann tatsächlich so ist, dass ich also die eigene Einlagesicherung nicht brauche, das D-Pack-Risiko also umgehen kann, indem ich zum Beispiel aus dem Euro E rausgehe in den USDC, dann ist noch die Frage, welchen Zugriff hat eigentlich Monerium hier auf meine, erstens meine Onchain-Daten und zweitens natürlich dann auch auf mein Geld, also auf meine Euro E-Stablecoins. Denn Euro E ist ein Smart Contract und der kommt von Monerium. Und Monerium hat also quasi diesen Smart Contract deployed. Und was dürfen die jetzt, was haben die sich in den Smart Contract an Rechten reingeschrieben? Und das schaue ich mir jetzt mal mit euch gemeinsam auf Etherscan an, weil das ist super interessant. Und ich habe mir hier auf Etherscan den Smart Contract mal angeschaut. Also man kriegt die Adresse von dem Euro E-Stablecoin eigentlich überall her, zum Beispiel aus dem eigenen Wallet oder hier bei Monerium auf der App, kann das hier bei Etherscan eingeben. Und freundlicherweise haben sie auch den ganzen Quellcode vom Smart Contract hier hinterlegt, so dass man das also lesen kann. Und ich will jetzt hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber es sind auf jeden Fall zwei Funktionen drin, die in gewisser Weise problematisch sind. Und zwar können sie einem Stablecoins einfach wegnehmen, Euro E wegnehmen. Und sie können einem auch einen zuschütten mit Euro E nach frei, nach Belieben. Das ist quasi so deren Vorrecht. Und wichtig, das gilt natürlich nur für Euro E, denn Zugriff auf die anderen Tokens in meinem Wallet haben sie nicht, weil sie die Private Keys nicht haben. Aber Euro E ist deren eigener Smart Contract. Und da können sie machen, was sie wollen, weil sie eben quasi sich selber diese Vorrechte in den Smart Contract einprogrammiert haben. Das ist aber in gewisser Weise, finde ich, noch total vertretbar, weil wie soll es sonst funktionieren, wenn ich zum Beispiel Geld bekomme auf meine IBAN, dann wird quasi mir das Geld ja gut. Also dann werden die Euro E-Tokens mir gutgeschrieben und die müssen ja irgendwo herkommen. Die werden dann von denen gemintet. Und gleichzeitig natürlich, wenn ich Überweisungen mache, dann müssen die Euro E-Tokens aus meinem Wallet raus. Dafür brauchen sie eine Burn-Funktion. Und das können letztendlich nur sie steuern, weil sie haben ja quasi die Infos, was auf meiner IBAN-Nummer passiert. Also insofern sind diese zwei Funktionen noch vertretbar. Dann haben sie aber noch so andere Schweinereien drin, wie zum Beispiel eine Blacklist. Also sie haben tatsächlich eine schwarze Liste einprogrammiert, wo man Leute blocken kann. Das heißt, man kann die Assets von denen einfrieren und man kann sie ihnen auch wegnehmen. Das ist zwar eine, also Beschlagnahmen letztendlich, das ist zwar eine Funktion, die in der Dokumentation ausgewiesen ist, als falls jemand seine Private Keys verliert, kann man Euro E auch aus dem Account rausnehmen und woanders in ein neues Account reintun. Aber irgendwo ist doch total klar, dass es auch eine Beschlagnahmungsfunktion ist. So, das ist jetzt also, das sind jetzt so Dinge, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich damit besonders wohlfühle. Und wenn es schon eine schwarze Liste gibt, ich bin sicher, dass das mit den Regulierungsbestimmungen zu tun hat, dass man also im Grunde, wenn man hier eine E-Money-Lizenz bekommen möchte, auch solche Funktionen einbauen muss für die Behörden, damit einfach bestimmte illegale Aktivitäten hier unterbunden werden können. Aber ja, also wie würde ich das jetzt einsetzen? Da stellt sich natürlich die Frage für mich wieder, ja, was machen die jetzt mit meinen Daten? Also wenn ich jetzt wirklich mein richtiges Wallet hier verknüpfe, dann gebe ich denen ja quasi alle meine Transaktionen, alle meine Tokens, die wissen dann alles über mich, was ich on-chain gemacht habe. Deshalb würde ich wahrscheinlich ein eigenes Token, ein eigenes Wallet erstellen, mit dem ich hier interagiere. Also ich würde nicht mein richtiges Wallet nehmen, sondern irgendein Wallet, wo ich das quasi speziell nur für Monerium ich erstellt habe. Und da, wenn ich das dann, wenn ich dann überweise auf mein richtiges Wallet, also wenn ich eine Transaktion mache und Euro-e rüberschiebe auf mein richtiges Wallet, dann gebe ich ja wieder meine Daten frei. Also muss ich einen Coin-Mixer dazwischen schalten, sowas wie Tornado Cash oder ähnliches. Und da bin ich sehr sicher, dass früher oder später ich dann genau auf dieser schwarzen Liste landen werde, wenn ich zum Beispiel Tornado Cash verwende, um mein Geld hin und her zu schicken, weil für Monerium selber ist eigentlich nicht erkennbar, ob ich das jetzt mache, weil ich irgendwie ein Terrorist bin oder weil ich irgendwie ein Drogenhändler bin oder ob ich einfach nur keinen Bock habe, meine Daten zu veröffentlichen und das deshalb eben aus Privatsphäregründen mache. Insofern ist eigentlich das Vorhandensein einer schwarzen Liste für mich ein No-Go und ich würde das also hier eher so als Spielzeug einsetzen. Es ist nichts anderes als ein Spielzeug. Ich habe keine Einlagensicherung. Ich habe keine Sicherheit, was meine Assets angeht. Mein Zugang kann eingefroren werden, wenn ich irgendwelche bestimmten Dienste benutze. Also nur mal die Vorstellung, ich bekomme hier tatsächlich wichtige Zahlungen rein, wie Miete oder ich bezahle Miete oder ich kriege mein Gehalt oder so. Dann wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich das irgendwie mit einer IBA-Nummer machen würde, die jederzeit auf einer Sanktionsliste landen könnte, weil ich irgendwie einen bestimmten DeFi-Dienst benutze. Insofern eignet sich also dieses Konto nur für diese Anwendungsfälle, wie ich das auch schon sagte, so Eis am Stiel bezahlen oder so, wenn es dann mal irgendwann eine Debitkarte gibt oder ich kann hier, was weiß ich, ein bisschen mal im Supermarkt mitbezahlen oder so. Aber große Sachen kann ich hier eigentlich nicht machen, vor allem Sachen, von denen ich auf Leben und Tod abhänge. Und das ist hier so im Grunde mein Fazit zu der ganzen Sache. Ich finde super, dass es dieses Tool gibt. Ich finde super, dass Sie es versucht haben. Aber irgendwie Krypto und Regulierung, das passt noch nicht richtig zusammen. Und wann immer man versucht, das zusammenzubringen, dann gibt es irgendwie Zähneknirschen auf der einen Seite oder auf der anderen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das Ganze sieht. Ich würde mich freuen, wenn du mal deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben würdest. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.